Ferdinand ist die nächste. Diana Drewes haben wir jetzt mit JJ. Startnummer 95. Und die 95. Diana ist unterwegs für die Aggiezwerge. Da sind sie im Ziel mit einem Fehler. Ja, das war nicht schlecht. 95 haben wir jetzt. Diana Drewes und JJ. Wir sind adequate. So. Und die beiden im Ziel, mit einem Fehler, einer Verweigerung.